Bevor das Video losgeht, Freunde, checkt auf jeden Fall meinen Partner PigoKissab, hat auf jeden Fall den Banggrabugi-Emote am Start. Ansonsten findet ihr noch hier weitere coole Sachen, schaut auf jeden Fall gerne rein. FFPZ-YT bringt euch auf jeden Fall 5 Euro Rabatt auf den Banggrabugi-Emote. Also, Freunde, checkt das Ganze aus. Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier heute mit einem neuen Video. Ich habe auf jeden Fall wieder das legendäre Format Zuschauer-Account aufgeworfen und wir werden uns auf jeden Fall den Account anschauen, was das so alles für Sachen hat und, und, und. Leider, leider, leider konnte ich das Bewertungssystem noch nicht einführen. War einfach alles viel zu kurzfristig. Ab der nächsten Folge wird es dann ein Bewertungssystem geben. Hier werde ich das Ganze, denke ich mal, in Schulnoten machen, aber wir gucken uns das Ganze einfach mal genauer an. Was ihr auf jeden Fall auch wissen solltet, dieser Account ist auf jeden Fall von einem Zuschauer auf Insta mir zugeschickt worden, dass ich mir den anschauen kann. Ich spiele mit diesem nicht. Also, wir schauen uns den nur an, bewerten diesen und dann kann er mit dem Ganzen nochmal wieder weiterspielen. Das Ding ist, Freunde, dieser Zuschauer macht auch YouTube. Ich glaube, ich habe das Ganze mal unten verlinkt. Schaut da vorbei, vielleicht findet ihr ja gefallen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, Freunde. Und dann würde ich eigentlich auch schon sagen, dass ich gespannt bin, was da draußen in der Wildnis so abgeht. Und wir gehen einfach mal rein und schauen uns das Ganze an. Er hat mir schon einen ganz kleinen Sneak Peek gegeben, was da alles vorhanden ist. Und ich glaube, ich habe gerade mein Mikrofon geschlagen. Aber das ist ein komplett anderes Thema. Ich würde jetzt sagen, Freunde, wir gehen einfach einmal in den Battle Royale-Rodus rein und schauen uns das Ganze mal an. Let's go! Weil dort ist ja auch direkt so erster Eindruck, welchen Skin hat er an und, und, und. Er hat mir schon gesagt, dass er den Emote geholt hatte. Also, wir schauen einfach mal rein, okay? Also, wir fangen als allererstes mal an. Okay, er ist Season Level 96. Kann man machen. Ist okay auf jeden Fall. Also, real talk. Er ist fast 100. Das bedeutet, Battle Pass sollte dann auch demnächst fertig sein. Wie ihr sehen könnt, hat er sich jetzt nicht auf Krampf oder so mit Absicht in irgendeinen krassen Charakter angezogen oder sonst was. Wir schauen mal in sein Emote-Rad. Ein HP, Bangra Boogie hat er auch, Freunde. By the way, wenn ihr auch den Emote haben wollt, Link unten in der Videobeschreibung. Und es läuft aktuell ein Gewinnspiel. Leider, leider, leider konnte ich das in diesem Video nicht auflösen. Deswegen geht es ein Video weiter. Und zwar das, was morgen kommt. Also nicht das Shop-Video. Einfach Hashtag kostenlos Emote unten in die Kommentare. Dann habt ihr die Möglichkeit, den Bangra Boogie-Emote zu bekommen von meinem Partner Pigo Keys. Schaut auf jeden Fall vorbei, Freunde, wenn ihr auch den Emote haben wollt, zu wild. Und ja, dann geht es eigentlich auch schon weiter. Was haben wir hier noch? Voll ablachen, Planeten-Groove, Niederlagen passieren und Szenario. Szenario, was bedeutet das, Freunde? Er hat den Iconic-Skin. Alles klar. Ich sage euch auch, wie es ist, Freunde, wie es ablaufen wird. Wir werden uns keine Emotes oder so hauptsächlich reinziehen, weil das würde dann einfach viel zu lang dauern, wisst ihr? Deswegen, wir lassen die ganzen Emotes und so Lackierungen und so Zeugs einfach aus. Wir gehen nur vom Kosmetischen bezüglich Skins und so weiter und so fort aus. Also, wir machen einfach weiter, Freunde. Das Video geht schon viel zu lang. By the way, bevor es losgeht, Freunde, Razer hatten wir auf jeden Fall hier eine Maus und eine Tastatur zukommen lassen und ein Mikrofon. Das Mikrofon konnte ich leider noch nicht austesten, aber auf jeden Fall danke. Geht da auf jeden Fall raus, falls ihr auch eine Tastatur-Maus haben wollt, checkt den Link unten in der Videobeschreibung ab. Jetzt geht es aber auch schon wirklich los, endlich mit dem Video. Also, Freunde, was haben wir hier im Spind? Und, okay, 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 wir können schon etwas Interessantes sehen und wir werden uns alles anschauen. Wir fangen am besten einfach mal auf ganz spontan mit den Gleitern an. Wie gesagt, Freunde, Lackierungen, Emotes dauert einfach viel zu lang, deswegen schauen wir uns das nicht an. Oder wir gucken nochmal kurz, ob er ein paar seltene Banner hat, Freunde. Also, Symbol. Wir ändern das Ganze natürlich nicht, wir schauen uns das Ganze mal an. Gründer ist Rettet die Welt, Battle Royale. Schauen wir einfach mal rein, also Spezialkategorie gibt es, glaube ich, nicht mehr, aber wir schauen einfach mal trotzdem mal rein, ob wir so auf spontan was entdecken können. Also, ich skippe jetzt nur ganz schnell durch, Freunde, wenn ich jetzt was übersehen sollte, nicht so schlimm hoffe ich mal, ne? Okay, so auf die Schnelle habe ich jetzt nichts gefunden, aber er hat auf jeden Fall hier diesen Level 100 Banner, das war damals auf jeden Fall unnormal krass, wenn man den da freigeschalten hatte, deswegen. Also, sieht interessant aus, ich kann mich aber näher dazu nicht äußern, okay? Also, wie gesagt, wir gehen einfach weiter, ist eher irrelevant, ne? Dann gehen wir jetzt zu den Gleitern und fangen am besten einfach mal ganz oben an und arbeiten uns langsam runter. Ich werde nur zu den krassen Sachen was sagen, zu denen, die uns nicht wirklich interessieren, lasse ich einfach mal aus. Was ich auf jeden Fall schon mal erkennen kann, ist, er hat sehr viele legendäre Gleiter. Digga, der hat auf jeden Fall schon einen Batzen dafür ausgegeben, muss man sagen. Mehr oder weniger natürlich. Und ja, ähm, interessant so von der Optik. Er hat den Travis Gleiter, der war ja sowieso kostenlos. Er hat hier Star Wars Gleiter, hat er auch am Start. Ansonsten, am Limit ist von John Wick der Gleiter, wenn du den Battle Pass absolviert hast von der Season 3, hast du nochmal geheime Missionen bekommen, die du abschließen konntest. Und dann hast du den auch noch bekommen. Er hat hier den Galaxy Gleiter, was meiner Meinung nach mega krass ist, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. 10 von 10 auf jeden Fall, von Seltenheitsgrad, geile Sache. Er hat hier den Designerschirm, ganz normal, ohne dass er ihn ausgerüstet hat. Ansonsten haben wir hier Nachtreiter, das bedeutet, er hat den Vertex Skin, was auch absolut krass selten ist. Der ist gerade extrem teuer, weil er so selten ist, Freunde. Und dann haben wir hier Kühn voran, ist ganz normaler Basic Gleiter, sieht aber meiner Meinung nach mega geil aus. Hier den Kometen, auch geil, also ist aber natürlich nichts Spezielles, so wisst ihr wie ich meine. Nein, falls ich hier die ein oder anderen seltenen Sachen nicht sehen sollte, wie beispielsweise den Gleiter hier. Der ist ja eigentlich selten, aber das kam ja schon in den Shop mit den Reflex Skins, wenn ich mich nicht irren sollte. Da will ich hier aber jetzt nicht zu 100% eine Äußerung tätigen, ich bin mir da nicht sicher. Aber das ist auch vom Reflex Skin, das bedeutet, er hat eigentlich das Paket auch. Nur die Frage ist, ob er den Reflex Skin als OG Version hat. Wir gehen weiter. Ähm, ah, okay, ich glaube, das ist das, Freunde. Okay, da habe ich mich vertan. Ich glaube, das ist die seltene Version von dem hier oben. Den konnte man dann später nochmal kaufen. Das war ja Nvidia Reflex Kooperation und der war dann halt sozusagen kostenlos für die OGs gewesen. Okay, krasse Sache auf jeden Fall. Dann geht es eigentlich auch schon weiter. Was haben wir noch so von der Seltenheit? So krasse Sachen. Vielleicht, wie gesagt, Freunde, kann ich die ein oder anderen Sachen übersehen. Okay, er hat hier Kaltfront, ist von Frostbite. Ich glaube, von Lava Legends Paket. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay, ist doch nicht von, ist von Aschwatt. Okay, also ist doch nicht so krass selten, ne? Dann schauen wir uns mal hier um. Hat er den Mako-Gleiter gehabt? Oder habe ich den versehen? Also er hat auf jeden Fall hier den Hänge-Gleiter des Gründers. Wichtig, meiner Meinung nach. Ähm, ansonsten Schirm des Gründers auch am Start. Ähm, von der Season 2 den Schirm hat er aber nicht, wenn ich mich jetzt nicht irren sollte. Oder irre ich mich? Oder? Ja, Season 6, 3. Ja, 3. 3. Okay. Also er hat ab der Season 3 dann höchstwahrscheinlich angefangen zu zotten. Okay. Das bedeutet, Mako-Gleiter ist hier auch nicht verfügbar. By the way, wir gehen einfach mal weiter. Es waren jetzt hier erstmal so die Gleiter. Wir gehen zu den Spitzhacken auf ganz schnell. Ähm, da sollte das auf jeden Fall einfach sein. Da kenne ich mich schon ein bisschen besser aus. So, auf den ersten Blick, Freunde, sehe ich jetzt hier direkt am Anfang nichts Seltenes. Wir gehen mal weiter runter. Hier die Playstation-Sachen natürlich. Ähm, Minty-Spitzhacke. Wichtig, ihr wisst, Freunde. Wichtig, wichtig sogar. Ähm, auch sehr selten gewesen. Die sind nur für eine kurze Zeit verfügbar. Dann wurde das Ganze sozusagen rausgenommen. Galaxy-Spitzhacke, auf jeden Fall geil. Äh, gefällt mir auf jeden Fall. Ist eine 10 von 10, so von der Optik her. Lava, Schatten, äh, Spitzhacken hat er auch. Marshmallow ist auch am Start. Ist jetzt nichts Exklusives, aber halt meiner Meinung nach auf jeden Fall was Cooles. Ähm, sonst sehe ich jetzt hier, wo wir gerade sind, nichts Besonderes Spezielles. Klar, mögen da vielleicht die ein oder anderen Spitzhacken mit dabei sein, die extrem selten sind oder so. Hier ist auch vom Frostbite Skin, äh, die Spitzhacke. Sense, die Frage ist, ob es OG ist, kann man leider nicht nachsehen, Freunde. Aber da er ja ab der Season 3 höchstwahrscheinlich angefangen hat zu spielen, ist das Ganze nicht OG. Aber, soweit auf jeden Fall, sage ich euch, wie es ist. Es ist echt ein cooler Charakter. Gründer-Spitzhacken sind auch am Start. Gründer-Spitzhacken, die extrem selten ist, ist auch am Start. Und ansonsten konnte ich jetzt so, wie gesagt, auf die Schnelle nichts erkennen. Und wie gesagt, Freunde, es kann sein, dass ich die ein oder anderen Sachen verpasst habe. Aber wir kommen einfach jetzt zu den Skins. Rückenaccessoires lassen wir aus. Da gibt es zu viele von und das ist nicht so relevant wie die Skins, würde ich sagen. Und wir wollen das Video ja auch nicht so schnell machen, denn es geht ja hauptsächlich eigentlich um die Skins. Alles andere gehört ja dazu. Also, Freunde, was haben wir hier? Wir gehen ganz nach oben und fangen an. Holy shit. Er hat auf jeden Fall sehr viele Skins, wie ich sehen kann. Hat hier das Frost Legends Paket. Hat den Liebesranger. Hat das Lava Paket. Deadpool ist am Start. Abtrünniger Spinnenritter, Freunde. Das ist Roach Knight. Ist extrem selten. Kann man auch nur auf der Xbox aktivieren. Gibt es auch bei meinem Partner P. Gookies, by the way. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Ist auch extrem selten. Muss man auf der Xbox aktivieren, um es auf anderen Plattformen zu spielen, wenn ihr auf anderen Plattformen aktiv unterwegs seid. Nur damit ihr wisst. Ist aber auf jeden Fall selten und exklusiv. Dann geht es eigentlich auch schon weiter. Er hat den Besucher. Season 3 John Wick. Safe. Habt ihr gesehen. Frostbite ist am Start. Was haben wir denn noch? Oh. Eon Skin. Freunde. Eon Skin ist auf jeden Fall wichtig. Meiner Meinung nach auch ein mega geiler Charakter. Spitzhacke und Gleiter fehlen bei ihm. Das bedeutet, er hat nicht die OG Variante. Denn die OG Variante gibt es nicht mehr. Es gibt aktuell zum Kaufen nur den mit dem Skin und 500 V-Bucks oder 2000 V-Bucks. Eins von beiden. Und dort wird halt eben die Spitzhacke und der Gleiter nicht mitgeliefert, weil die halt dementsprechend schon ausgelaufen sind und nicht mehr funktionieren. Also Freunde. Wir haben hier sonst noch auf die Schnelle. Hier wichtig. Wichtig. Glow Skin. Krank. Feier ich auch. Hat er sich hier gesneakt zu Wildfreunde. Hat also auf jeden Fall auch sich ein Samsung Gerät zugelegt. Oder über irgendwelche anderen Wege sich das freigeschalten. Ja gut. Einfach mal in Saturn reinrennen. Code eingeben. Einloggen. Dies, das. Was auch immer. Weiter geht es Freunde. Dann haben wir hier auf jeden Fall Mitternachts Vertex. Auf jeden Fall geil. Weil, man muss dazu sagen, ich finde den Charakter geil. Die normale Version ist ja orange und das sieht einfach zu hässlich aus. Aber in diesem Xbox Lila ist es geil. Denn die Xbox, die zu diesem Skin auch dazu gehört, die gibt es in dieser lilanen Version. Ich persönlich besitze sie sogar, ehrlich gesagt. Also zu wild an der Stelle. Feier ich. Hat auf jeden Fall hier einen guten Fang gemacht. Wir gehen weiter. Wollen uns ja natürlich nicht so lange aufhalten lassen. Sonst hier jetzt auf die Schnelle sehe ich wieder nichts. Aber das sind ja auch die legendären, beziehungsweise die, die hoch eingeschätzt sind. Und die meisten Exklusiv-Skins sind lila. Also wir haben hier dann nochmal diese dunkle Reihe. Wieder die Frost-Skins. Travis ist hier. Marshmallow ist hier. Wichtig. Lava-Skin. Deadpool-Skins sind hier am Start. Die Schatten-Skins sind am Start. Die Star-Wars-Skins sind am Start. Ihr müsst es immer so sehen, Freunde, dass die Skins irgendwann mal extrem selten sein werden. Also eine heiße Sache. Abtrünniger Agent ist mittlerweile auch einigermaßen OG. Sonst Playstation-Skin natürlich. Aber ist halt nichts Besonderes jetzt in dem Fall. Wir haben hier auch wieder Starter-Paket. Er hat sich das Chaos-Legenden-Paket gegönnt. Wild. Honor-Guard-Skin zu wild. Leider ist das Ganze ausverkauft. Man kann den nicht mehr bekommen. Aber meiner Meinung nach... Also Honor-Guard-Skin ist eine 10 von 10 von der Optik. Hätte er noch Spitzsack, Gleiter, etc. Und so wäre das zu wild gewesen. Aber der war extrem günstig, Freunde. Ihr wisst selber, auf den anderen Seiten oder so konnte man den für echt günstige Preise sich schnappen. Aber wie gesagt, leider ist das Ganze nicht verfügbar. Absolute Schwitzer-Skin-Elite-Agentin. Brauche ich, denke ich mal, nicht näher einzugehen. Wir gehen auf jeden Fall weiter. Was haben wir denn hier noch? Okay, wir haben hier auf jeden Fall den Galaxy-Skin. Haben wir auch schon vorhin gesehen. Wir haben hier den Ghoul-Trooperin. Aber er hat sie leider nicht in der OG-Version. Und wie ich schon sagte, er hat nicht den Makro-Gleiter. Er hat diverse Season 1 Sachen nicht oder Season 2 Sachen. Auch der Schwarze Ritter fehlt hier. Das bedeutet, er war nicht zu der krassen OG-Zeit dabei. Wir gehen weiter auf jeden Fall. Checken das Ganze aus nach so kleinen Schätzen. Hat hier auf jeden Fall die kostenlosen Weihnachts-Skins mitgenommen. Astronauten-Skins sind am Start. Aber Schwarze Ritter habe ich nicht gesehen. Vielleicht habe ich mich vertan. Ich weiß es nicht, oder? Nee, Moment mal. Ey, bin ich behindert? Das ist ja Season 3 gewesen. Sorry, Freunde, habe ich gerade verwechselt. Neoverse ist am Start. Geiles Paket, Freunde. Bei Pigu Keys zahlt ihr 25 Euro. Bekommt 2000 V-Bucks, was 20 Euro wert ist. Und noch den Skin oben drauf. Also zu wild kann ich euch nur empfehlen als Geheimtipp. Schaut da gerne vorbei. Wir gehen weiter. Also, Schi-Skins hat er auch da. Rostmeister. Ehrenmann-Skin. Feier ich. Die, die wissen, die wissen. Wer nicht weiß, der weiß nicht. Ganz einfache Sache. Wir sollten auf jeden Fall gleich nochmal schauen. Oder wisst ihr was, Freunde? Wir schauen direkt rein, ob er auch nicht den Rostrücken-Accessoire hat. Moment. Dieses Rostding. Ich weiß selber gerade nicht, wie das heißt. Und er hatte das Rostlaube. Zu wild, Freunde. Damals war das so mit eines der allerersten kosmetischen Artikel, die kostenlos waren. Und da ist jeder drauf einfach behindert geworden und wollte den haben. Also zu wild. Korrekt, dass du den hast, Digga. Finde ich persönlich meiner Meinung nach mega geil. Hat auf jeden Fall eine coole Zeit mit mir so in Verbindung. Deswegen geil. Royal Bomber ist auch am Start. Leider mittlerweile ausgelaufen. Man kann den nicht mehr irgendwie bekommen. Das bedeutet, er wird jetzt in den nächsten paar Monaten und Wochen extrem selten. Und das ist natürlich eine gute Sache. Oder eher nicht. Skull Trooper. Leider nicht eine OG-Version. Wäre aber zu wild gewesen. Aber so ist das nun mal, Freunde. Was wir machen. Wie gesagt, er spielt schon seit Season 3 ungefähr. Sonst, was haben wir denn hier noch? Okay, Wonderskin. Digga, er hat gefühlt fast alle Exklusiv-Skins. Das ist krass. Real Talk. Also Wonderskin hat er auch. Leider auch. Schon ausgelaufen. Das bedeutet, wir können den nicht irgendwie bekommen oder so. Gibt es einfach nicht mehr. Okay. Krass auf jeden Fall. Er hat wie gesagt viele Exklusiv-Skins. Was man ihm auf jeden Fall anrechnen sollte. Da hat jemand sich extrem Mühe gemacht. Okay. Ist auch nicht die OG-Version. Safe Call nicht. Weil auch, wie gesagt, aus einer der ersten Seasons gewesen. Ansonsten haben wir Iris auch aus dem Paket. Reflexkin. In OG sollte er das Ganze auch haben. Wir gucken gleich nochmal rein, ob der hier irgendwo vorhanden ist. Der sollte ein bisschen weiter unten sein. Ja, sonst, wie ihr sehen könnt. So, okay. Recon Expert ist, denke ich mal, auch nicht. OG oder so. Kam ja dann später nochmal rein. Reflexkin in der OG-Version. Finde ich, by the way, hundertmal geiler als die grüne Version. Und der sieht einfach richtig nice aus. Da hat man richtig Bock, mit dem zu spielen. Weiter geht's. Was haben wir denn hier noch? Sonst auch aus dem Paket, aus dem neuesten gefühlt. Ist das Ganze, ähm... Ja. Sonst, er hat bestimmt die ein oder anderen Skins, die so mehrere hundert Tage nicht drin gewesen sind. Aber, ja, muss man halt mal einfach schauen, ne. Äh, so auf die Schnelle kann ich auch nicht alles erkennen. Ihr wisst ja, Freunde, man muss ich für sieben Millionen sein, um sich die Sachen im Kopf, äh, einzubehalten. Und ansonsten glaube ich, dass es erstmal gewesen sein sollte. Das waren alle Skins sozusagen. Im Großen und Ganzen kein Account, der sehr viele OG-Varianten hat von einem Skin. Aber er hat fast gefühlt jeden OG-Skin. Was mir gefehlt hat, war zum einen Psycho-Paket, was ich nicht gesehen hatte. Also da würde ich dir noch empfehlen, zuzuschlagen. Gibt es ja aktuell auch noch. Und, ähm, eventuell willst du da auch noch zuschlagen. Und ansonsten, glaube ich, kann man eigentlich nichts wirklich holen. Ähm, die anderen Sachen sind abgelaufen. Kann man nicht mehr einlösen oder, oder, oder. Das bedeutet, er hat hier relativ einen guten Job gemacht. Hat sich immer exklusiv Skins gegönnt. Wenn die mal rausgekommen sind, muss man auf jeden Fall Props raushauen, Digga. Ähm, ist auf jeden Fall nicht leicht, sag ich mal, sowas zu sammeln. Ihr wisst, Freunde, das ist sehr kostspielig und zeitintensiv. Und, ja, also krasse Sache, Bro. Props gehen da auf jeden Fall raus an dich. Mega geiler Account. Und es ist jetzt nicht, wie gesagt, der krasseste und der heftigste mit den OG-sten Sachen. Aber es ist schon ein sehr krasser Account mit sehr vielen Skins. Cool gemacht auf jeden Fall. Hast du Real Talk mir gegeben. Ich möchte nur noch mal gucken, ob du eventuell nicht noch den Galaxy Spray-Lama hast. Gucken wir mal rein. Vielleicht hast du das Ganze auch. Okay, hat er auch. Also auch krass, Digga. Real Talk hat er sich wirklich Mühe gegeben. Und das ist extrem selten, Freunde. Props, 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 Digga. Ja, mega geil auf jeden Fall. Freunde, jetzt seid ihr dran. Ich gebe dem Ganzen auf jeden Fall so eine 2-. Und, ja, so, okay. 2-, ich weiß nicht. Oder 2, doch. 2-. Also von Zeugnisnoten 2,25. Okay, Freunde. 2- ist, denke ich mal, hier okay. Wie gesagt, Bewertungssystem wird noch genauer reinkommen. Hätte er jetzt noch viele OG-Skins gehabt von den Seasons und so. Schwarzer Ritter hat ihm noch gefüllt. Oder so, so krasse Sachen wie Renegade Raider und, 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 und. Paar OG-Versionen von den alten Skins. Das wäre natürlich noch mal krass gewesen. Gab es aber nicht. Aber, hey. Trotzdem, er hat hier mega gut was zusammengebastelt. Viele Skins hat er hier gesammelt. Und, und, und. Also echt krasser Account. Und eure Meinung natürlich gerne unten in die Kommentare, Freunde. Und ihr wisst, wir machen das Ganze jetzt einen Monat. Dann wird es einen monatlichen Gewinner geben. Der bekommt dann etwas. Guthabenkarte 50 Euro oder so. Ich überlege mir noch was. Und dann wird es noch mal vom ganzen Jahr noch mal Belohnungen geben. Und, 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 und. Aber, Freunde, das soll es dann eigentlich mit dem Video gewesen sein. Eure Meinung unten in die Kommentare. Ich bin da mal raus, Freunde. Haut rein. Geht mit dem Flow. Euer Fraps. Und ciao. Ich bin da mal raus.